Ich bin schon auf diesem Fluss. Also, die Holzkirche, daher kann ich auch nichts mehr rausnehmen, oder? Ich will nicht einen Müll von meinem... Okay, ich kann die Flasche noch mitnehmen. Ich kann die Flasche noch mitnehmen, aber ich glaube nicht, dass ich die Flasche noch mitnehmen kann. Aber vielleicht kann ich die Flasche noch mitnehmen. Ich glaube nicht, dass die Flasche gegen die Flasche noch mitnehmen wird, dass die Flasche wegfallen wird. Ich sollte das Eis nicht mitnehmen. Das macht keinen Sinn. Naja, macht's auch nicht, aber es macht hier gar keine... keiner macht hier irgendwas Sinn. Es ist zu alt, um zu... Ich kann mich schnell annehmen, meine Höhle, Rauchbombe. Ich kann mich schnell annehmen, meine Höhle, Rauchbombe. Wofür brauche ich denn überhaupt Atemspray? Ich kann mich schnell annehmen, meine Höhle, Rauchbombe. Ach... Ich hab wieder keinen Plan, was ich machen soll. Ok, es wird strange. Es wird wirklich strange. Ich gehe jetzt hier auf Herbst. Ich weiß nicht, wie man auf diese Idee kommen soll oder warum. Aber ich habe einen sinnvollen Zweck jetzt gelesen für das Ding. Ich kann den Lab-Kotten, wo die Eichel geformt wurde. Hier geht nichts. Ich weiß nicht, ob es funktioniert wird, aber es hat Spaß gemacht. Ich werde immer wieder gebrauchen werden in diesem Spiel, glaube ich. Schnee. Apfel. Nano-engineered Martian Apples taste a little woody. Aber hey, freie Apple. Nehmt ihr da gleich mehr mit. Nehmt ihr gleich mehr mit. Nehmt ihr gleich mehr mit. Nehmt. 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 ist das ein letztes objekt? nein nein es ist nicht letztes. dann sind wir uns nicht interessiert, dr. Dijon. Interessant. Interessant. Okay. Ja, ich kann also mit dem hier gucken. Ja, ein Glas. Ja. Ich habe schon wieder nachgelesen und Sachen gesehen, von denen ich nie gewusst hätte, dass ich sie machen muss. Ich denke, sie würde mich interessieren. Ich denke, sie würde mich interessieren. Okay. Ja, ich habe mit dem überhaupt nichts anfangen können, aber anscheinend... Ich denke, sie würde mich interessieren. Ja, stimmt. Ich habe etwas anderes gelesen, was ich nicht mehr geschnallt habe. Oh je. was soll ich heute kaufen? Essen, 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 Essen. Ich hätte gerne das da. Die Maschine ist nicht aktiv. Ich kann keine Orte stellen ohne meine offizielle ID. Perfekt. Ich bin Hunger. Error, ID, Expired. Drat, ich habe meine Karte vergessen. Okay. Abgelaufen. Hätte ich den mal früher gesehen. Dann hätte ich nämlich auch gewusst, warum... Ich bin Hunger. Ich bin Hunger. Oh, sicher. Jetzt mach... Ich bin Hunger. ... ... Ich werde das nicht sagen. Ich werde es helfen. Ich werde es helfen, wenn ich super-polite bin. Ich weiß nicht, ob du in der besten Lage bist, HR. Ich bin gut zu sagen. Ich habe ein guter Gefühl. Trust mir. Ich werde nicht getrennt, bitte. In der meantime, ich muss deine letzte Paycheck sehen, um deine ID. Ich habe meine letzte Paycheck nicht. Total war es zu senden, wenn wir zurückkommen sind. Die Expedition. Na gut, er wird es nicht möglich, es zu senden. Du musst ihn in einen anderen Weg finden. Oh. Es sind Kontrakte und ich bin sicher, dass meine Paycheck... Hallo, Karl Latter. Du solltest meine letzte Paycheck finden. Lass mich sehen. Hier ist es. Das ist ein Schnell. Du solltest für eine Anzahl. Ich denke, das ist alles, was ich brauche. Ich werde auf deine Zeit verlassen. Ich werde diese PAPER in die Hauptbahnhof. Ich denke, dass es dauert lange, um deine alte Karte zu reaktivieren. Gib mir ein Moment. Oh, fertig. Hier bist du. Vielen Dank, Karl Latter. Das ist ein Schnell. Ich bin bereit. Meine neue Karte. Ja. Damit kann ich das jetzt bestimmt. Und in dem Apparat etwas kaufen. Was soll ich heute kaufen? Lachs, Kohlade, Kekse, Fleisch, Meierkies, Temparadas, Flüße, Frübe, Maschini. Warte mal kurz. Ich soll hier das komische Viech anlocken, was ich nicht kenne. Wo er mir die ganze Zeit gesagt hat, dass der Metall drücken kann. Kannst du ihn kenne, Trevor? Ich kann ihn trotzdem nicht aufhören, wenn ich seinen Namen nenne. Ich tricke ihn meistens, mit dem Essen zu geben. Wie ist Trevor ziemlich gut? Er hat ein... Ich lege ihm Metallwerk. Er ist eigentlich großartig. Er kann nur einfache Formen machen, aber... Okay, danke. Dieser Flur ist echt lang. Okay, es hat keiner gekauft, während ich den... Was soll ich heute kaufen? Äh, Mackie. Und? Ja, ich will aber die Karte wieder haben. Ich bin nicht blöd. Oh, Marcus. Ich bin nicht blöd. Ich bin nicht blöd. Ich bin nicht blöd. Ich bin blöd. Aber es ist einfach, dass er so glücklich ist. Hier, Trevor. Ich bin blöd. Ich bin blöd. Das ist eine gute Idee. Er ist ein speziell. Er ist reshapieren Metall. Der Papierclip ist nur das kind von Metall Trevor ist gut an arbeiten. Ich bin nicht ein kleines Kind. Ich bin ein kleines Kind. Ich bin nicht dem wie Karte viert. Das ist eine größte Schmerz. Er ist also die Frau, dass er die Karte bespreten wird. Ich bin auch... Ich bin nicht damit. Sie habe es passiert, als er übernommen. Ich habe es versucht, dass er sich verliebt. Sie haben es recht. Ich bin nicht damit. Wie kann ich das Leiche nicht mitnehmen? Ich würde mich nicht beraten. Ich würde mich nicht Alejandro, wie das Werkzeugen, - und wenn es für ein Leiche angehen oder das ist. Aber ich würde mich nicht würden. Great, Trevor. Das ist nur was ich brauchte. Und... Metallteil wird... Trevor ist großartig mit Metall arbeiten. Ich muss ihn nur wissen, wie ich es transformieren möchte. Mach eine Star, Trevor. Danke, Trevor. Es ist eine perfekte Star. Das war eines, was ich glaube ich brauche. Hi, Trevor. I missed you too. Trevor, I'm gonna need to change this heart. Make it flat, Trevor. Thanks for the help, Trevor. Den hier auch. Trevor, I need... Make it flat, Trevor. Thanks for the help, Trevor. So weit, so gut. Äh... Wo ich grad hier bin. That's a good idea. A screwdriver. Oh, krach. Wir machen alles flach heute. So wie ich auch hier drüge die Lösung offen habe und die ganze Zeit darüber gucken werde. Dankeschön. Great. Ich bin wieder da. Jetzt werde ich erstmal herausfinden, was ist mit dem... Geimerer, wo er da drinnen auch sich hat, bevor ich mir dann irgendwann... Die Dietrich hier zusammenbastelt, die ich jetzt ja da... Es war etwas hidden unter dem Panel. Ein Fingerprintreader. Ich brauche Cobras Fingerprint, wenn ich durch diese Tür gehe. Es wird nicht leicht sein, eine Fingerprint zu stehlen. Wie kriege ich denn jetzt von ihr den Fingerabdruck? Wieso muss ich Dinge... Ich benutze es, um mein Archeologisches Arbeit zu holen, aber ich kann mich jetzt nicht auf die Arbeit fokussieren. Eine Figurin des legendarischen Archeologisten Jones-Hattmann. Er war damals sehr influentisch. Das Schlimmste ist eigentlich, dass ich hier irgendwelche Rätsel nicht finde, weil ich denen nicht so richtig zuhöre und... Manche Rätsel auch einfach nur... Hä? Das mit dem Baumapfel habe ich auch keinen Schnelle, warum ich das gemacht habe, aber ich habe es gemacht. Sooo... also ja... Wie könnte ich denn an ihre... Fingerabdrücke kommen? Ich will irgendwas, was sie hier jetzt ständig anfasst, was sie nicht braucht. Wenn ich den einfach mitnehme... Ich kann nicht auf irgendwas von ihr schon... Ich kann nicht auf irgendwas von ihr... ... sondern auf irgendwas von ihr schon... Ehem Nö Okay Jetzt brauche ich von ihr irgendwie nichts gegen Akto und ich brauche einen plan was ich noch machen muss ja jetzt stehen wir hier wir sind nicht weiter ja ich habe irgendwo den faden verloren habe mir noch durchgelesen was jetzt tun ist eine komplette lösung mit der ich die letzten schritte gemacht habe und muss ehrlich gestehen ich habe keinen zusammen mehr haben zusammenhang mehr mit irgendwas gefunden nämlich noch dass ich hier mit diesem rätsel ist angefangen mit dem blühenden baum wo ich keine ahnung hatte warum ich dann überhaupt anfassen muss was das hier mit dem und liebten dem sein garten zu tun hat deswegen habe ich mir gedacht das war es jetzt erst mal es ist ein schönes spiel ich finde die graf für den grafisch sie unheimlich gut auch dass er ständig in schatten geht also nicht hier also hier in den schatten geht und das hier hinten tendenziell würde mich auch interessieren was mit ihr jetzt ist wie wir da klarkommen wo metropolis ist was noch so alles an falschen erkenntnissen kommt auch mit cthulhu aber wie gesagt ich habe keine ahnung warum ich irgendwas hier noch machen wo ich hingehe was mit warum sie machen machen die schmütterlinge da ja ich habe den faden komplett verloren ich weiß nicht warum ich will zu löse was damit bezweckt wird und deswegen danke ich für die aufmerksamkeit sagt bis zum nächsten mal und viel spaß mit diesem spiel ich finde es eigentlich super gut aber ich habe keine ahnung warum und was von twitter ist auch unterwegs danke für die aufmerksamkeit bis zum nächsten mal leider gibt es hier kein abspann den ich so aufrufen könnte ich will mich ich will Wir wünschen.